Nee, hier, bei mir. Hier oben liegen, die lagen jetzt auch für Koffer. Warte auf den D. Achso, hier ist ja das Filmlager, oder wie sich das nennt. Aber richtig wenig Rehe, ne? Ja. Ja, aber Rehe findet, also, die bestimmte Rehe ist halt nur... Bist du schon hier? Ja. Ja, ist die Zinterview. Aber ja, jetzt SARS-Zinterview, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich gehe jetzt hier weiter. Und da muss man doch hier, und decke Tiere finden. Also, das ist echt wie so ein 6x im Lotto-Girdle. Ja. Ich fand aber... Ich finde auch in letzter Zeit kaum noch Lizards. Ja, ja, mein ich ja. So alles findet man so wenig. Eigentlich hört sie sich aber extrem auf, aber ich jag die, weil die ja eh nix bringen. Die bringen doch Fleisch, oder? Ja, aber... Ähm... Nur fürs Fleisch geht die jetzt zu jagen, finde ich unbütig. Ja, wieso, sie brauchen das Fleisch, ne? Ja, aber ich kann ja auch an die Küste gehen und eben Schildkulten töten. Geht genauso schnell. Und da kann ich auch noch die Panzer sammeln, um die Dings zu machen. Großer Baum. Frag mich, ob die noch irgendwas mit diesen großen Bäumen vorhaben, oder ob es nur Orientierungspunkte werden. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber das... Also ich finde, die müssten langsam auf jeden Fall was nachlegen, so weißt du? So, damit man da... Weitermachen will. Damit es nicht öde wird. Gibt es eigentlich schon die Pench-Notes für 3... Also für 0,33? Ne, ich glaub noch nicht. Wär mal interessant zu wissen. Was die jetzt reinhauen und was die wegmachen. Weil langsam müssen sie echt so ein bisschen was noch dazu tun, ne? Das wär echt Hammer. Und ich hoffe, die machen jetzt für den nächsten Pech, äh, das Hausboot. Wär ja aber mega nice, ne? Ja, das wär echt cool. Das auf jeden Fall. Also ein Hausboot abzubauen... Also wenn das Hausboot draußen ist, wir wissen alle, was zuvor kommt. Jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Wir verlassen... Wir verlassen direkt alle die Insel. Wir verlassen alle die Insel und machen das Hausboot. Dann machen wir Wettrennen. Jeder an... Ja, wir machen die Zeugen der Neues-Kind, ne? Genau. Den nennen wir dann, äh, Nicht-Timmy. Und, äh... Wie bei den Tinos anstatt Nicht-Die-Mama-Nicht-Die-Timmy. Äh, genau. Oh man. Geilste Stelle. Nicht-Die-Mama. Sag's das nochmal, werf ich dich hier durch den Raum. Nicht-Die-Mama. Nja. Wieder einfach mal komplett durch den Raum... Ach, da... Wir sind ja... Hä? Ich hab hier doch grad eben die ganze Kleidung eingesammelt. Na ja, die Koffer sind wieder zu, ne? Ja, das... Sind, äh, paar neue Flugzeuge abgestützt. Nice. Ist da nicht vielleicht jemand bei der Timmy eins? Hehehe. 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 Also ob Timmy ihn einfahrt, dann hat er unsere Nachnamen fertig. Wir hatten doch gestern Timo noch dabei. N-Nem-Wir Timo einfach Timmy. Den-den bringen wir einfach dazu, dass er sich jetzt Timmy nennt und dann verschwinden wir von der Insel. Hehehe. 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 Weißt du, oder was jetzt? Wär Timmy nicht da, ne? Wär von der Wasserstunde nicht da? Oh, ich kann aufm Baum klettern. Oh. Jetzt. Wie du kannst aufm Baum klettern? Ich war... Ich war grad aufm Baum. Hier. Weißt du, jetzt höll ich runter. Du musst mal herkommen. Hier. Hä? Wie machst du das? Ich hab hier ein Spregoo. Geht nicht, du bist im Weg. Hehehe. MAULE. Dормale. So. Wo das? Ich hab dort, wo die Felderk ji wie Merci gedacht. His role hat im Joochenểil. Nein! Hehehe. Aber das Mean ich koppelt mal. Die installed наверное um dem Dome ist. Oder ein anders. Wo ist das? Super. ein wind ich hab dich verloren gefunden ist schon wieder an teich so kurz dann jage ich eben fische und sein muss wenn du nicht wenn du keinen bock hast gewalt hat dann sterbe ich halt weil ich jetzt auch noch ein koffer drinnen das war Alter Aber wirkschein, dass man sich keinen eigenen Teich anlegen kann Ja, da gibt's so paar Sachen Weißt du, die fehlen einfach Oder was auch ein bisschen schade ist, dass du Wenn du Hasen gefangen hast, dass sie sich nicht paaren Dass du Hasen nicht permanent fangst Tüchten sozusagen, ne? Dass du so ein Gehege bauen kannst Ja, und dann hast du Ja, weil man kann die ja leben fangen und den so ein Gehege machen Weißt du? Ja, mit diesen Smartteer-Anima-Trap-Star Ja, aber da passiert doch nichts Das ist ein bisschen ärgerlich Du fangst Du fängst zu Aber du kannst so viel Ich weiß gar nicht, wie viel wir finden Ich glaub, ich hatte mal fünf Stück da drin Ist aber nichts passiert Dann hab ich Dynamit hingeworfen Ja Ich bin verrückt mit Dynamit Ich weiß Ey, keinen einzigen Hasen gefunden Nichts Ich hab auch nichts gesehen Das ist ja erst traurig Ich hab grad was angeknurrt Oder hier knurrt grad was rum Bei mir? Jo, komm her Komm zurück Ja, ich bin hier Ja Ich bin hier Ich bin hier Ja Ja Wie ist der denn da reingekommen? Keine Ahnung Okay, dafür Packst du den ins Vorhör? Geht mal gar nicht Gut Leute Die liegen da einfach drin Hier Fettsack kommt Welcher Fettsack? Oktopussy Oktopussy Äh, der fette Fettsack Zwei Hinter dir Zwei hinter dir Zwei Ich hab' zum oberen Schwedern gefällt dir, oder? Ey, das finde ich richtig geil Da ist doch so n Dicker Oder das ist der Dicke Der sieht so braun gebrannt aus He 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 Hihihi Wer war mit mir auf der Krillparty hier sind zwei lizards hier hier noch zwei nimmt die haut mit dahinten ist noch einer hier ist noch das zeug wo kommt die denn jetzt her weißt du wir rennen so weit und dann stehen die vor der haustür was geht denn mit denen ab was ist falsch bei denen ey das gibts doch nicht weißt du wir rennen keine ahnung wie weit ja wir sind am flugzeug gewesen wir waren irgendwo nach hinten am arsch der welt und wir finden keinen wir sind hier werden angegriffen alle liegen vier tote lizards weiß ich wie aber irgendwie ist der scheiße achso wir bekommen wieder besuch ich bin komplett voll ich habe komplette arme hoch und dreh hoch ok ich hänge jetzt nur mal hier futter dran ja hat alle lampen heine besiegt nee der ist hier an der wand bei mir bei mir dann bei mir bei mir Alter, lass die Wand in Ruhe! Wir machen dein Zuhause auch nicht kaputt, du hässliches Vieh! Gott! Ohne? Ich hab noch nicht mal geschossen! Du Idiot! Du schießt im Brand! Nicht mal geschossen! Dafür kommen die aufs Feuer, ey! Dafür kommen die aufs Feuer und direkt einen mitgeschleppt! Alle runter! Da lacht schon wieder jemand! Ah! Ja toll! Bestimmt weil ich sprenne! Verdammte Scheiße! Deswegen lach ich jetzt! Ich will dich ab, Junge! Ja, aber ich schicke ihn hier rum! Hier sind die Koffer auch wieder zu! Ich sammle hier grad wieder die komplette... Dings ein! Dramatten! Ähm! Medikamente kannst du mitnehmen, ich kann keine mehr tragen! Ich auch nicht! Schatzi, kannst du Medikamente tragen? Äh, warte! Wo sind die? Ähm, hier! Du wolltest doch eine Uhr noch haben, oder nicht? Ja! Hier ist eine Uhr noch! Ich bin ein! Ich bin ein! Ja! Du sollst! weil wieder die ganzen knochen hier im sonnen ein freund wird sie nicht heißt also wer wollte jetzt die löser tot also ich brauchte ihn nicht ist die hier drauf gucken ja es ist hier drauf aber ich krieg die nicht komisch ich habe noch kaninchen zweimal ich habe meine sachen aufgehangen hier kann man damit zweimal machen außer die bären tasche weiß ich nicht ob man dreimal oder zweimal für den kirche ich habe keinen ich mache mir keinen ja